Ich denke mal, es geht hier um korrupte Polizisten. Sie stehlen die Drogen, das Geld und ermorden alle Zeugen. Er hat eine Maschine gebaut, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Schön, dass Sie wieder hier sind. Die Maschine überwacht alles. Person of Interest. Die komplette zweite Staffel. Ja, das hört sich verrückt an, aber die wissen immer, wann Menschen in Schwierigkeiten sind. Er und ein anderer Typ. Ja, und ich auch manchmal. Sie werden jetzt nett sein und die Fragen der Dame beantworten. In Senkung! Polizei New York! Wer hat uns gerufen? Ich möchte einen Mord melden. Wen hat man ermordet? Mich. Jemand hat mich vergiftet. Finch, hier ist gerade etwas ziemlich schief gegangen. Ich habe sehr viel aufwendig verschlüsselten Datenverkehr gefunden. Mr. Reese, ich fürchte, dass unser eigenes Spionier entdeckt wurde. Sie und Miss Jacobs müssen sofort da raus. Person of Interest. Die komplette zweite Staffel. Auf Blu-Ray, DVD und digital.